Hallo Leute und hiermit herzlich willkommen zu einem ja zu einem kleinen Themenvideo heute mal geht es um das Schulsystem über das ich mich mal kritisch äußern werde ja ich finde vieles an unserem Schulsystem in Deutschland läuft nicht so ganz richtig ja fangen wir mal einfach beim Problem G8 an ja alle Gymnasiasten kennen das die jetzt in den letzten Jahren eingeschult wurden ähm man hat das Problem dass man tatsächlich ein Jahr weniger Schule hat und trotzdem alles in kürzerer Zeit reingetrichtert bekommt ja woraus sich ergibt dass immer mehr Kinder auch in jungen Jahren schon erkranken man liest immer wieder schockierende Berichte von Kindern die mit 13 Jahren an Burnout leiden ähm wo ich auch wirklich sagen muss kein Kultusministerium ähm kein Schulleiter kein gar nichts kann das wollen dass ein Schüler mit 13 Jahren ähm sag ich mal an Burnout leidet das kann nicht sein dass um das kann das kann einfach nicht sein finde ich auch nicht gut ähm eure Meinung auch dazu bitte in die Kommentare interessiert mich wirklich brennend so ähm ja ansonsten finde ich noch scheiße muss ich sagen was mich stört ist diese ist dieses gejammer dass man so im Lehrplan eingeengt ist das ist eben auch der Punkt man hat weniger Zeit man muss ähm die Themen immer weniger tiefgründig sondern nur noch oberflächlich behandeln ähm wo auch wirklich auch sagen muss da wird einem alles reingetrichtert und man lernt aber wirklich nicht fürs Leben man lernt für die Schule weil man natürlich immer so schön gesagt bekommt ja du lernst doch fürs Leben und nicht für mich und auch nicht für irgendeinen Lehrer für die Schule du lernst für dich fürs Leben nein das stimmt nicht zum Beispiel am Beispiel Physik wenn ich jetzt mal nehme zum Beispiel bei mir ist das so dass ich einen tiefsten Hass gegen Physik Haar Hege seit äh seit ich es habe in der siebten Klasse hat fängt es ja an mit Physik und ich finde das eigentlich schwachsinnig dass man das mehrere Jahre lang unterrichtet ich bin dafür dass man tatsächlich ähm ein grundlegendes Physikjahr macht genauso in Chemie neunte Klasse macht man einfach neunte Klasse ein grundlegendes Jahr wo man drei Stunden hat in der Woche mit diesem Fach und ähm ja dann sollte man diese grundlegenden Sachen ähm eingetrichtert bekommen meinetwegen aber dann sich entscheiden können danach hat mich interessiert mache ich es weiter bringt es mir was oder bringt es mir nichts und das ist auch extrem wichtig wo ich auch sagen muss ähm mir wird es zum Beispiel gar nichts bringen weil angenommen man wird jetzt das mal das werde ich jetzt natürlich nicht aber irgendjemand will jetzt Sportpsychologe werden dann wird er wohl kaum die Formel U ist R mal I brauchen finde ich ein bisschen schwachsinnig ich finde da sollte man wirklich den Schulplan ein bisschen mehr individualisieren ähm womit man dann aber auch erst in der Mittel bis Oberstufe anfangen soll weil wenn du jetzt einen Fünftklässler fragst ja gut was magst du denn am Schulsystem nicht welche Fächer würdest du gerne streichen dann wird er dir eine ganze Liste anreichen wenn man jetzt aber ein bisschen älter ist kann man dann schon ein bisschen weitreichender denken ein bisschen nachhaltiger denken was brauche ich später was brauche ich nicht dann macht das schon Sinn wo ich finde dass man darüber nachdenken sollte ähm da wurde auch in letzter Zeit dieser dieser Twitter Post laut von dieser Schule Schülerin ähm die ja gesagt hat dass sie Gedichte in vier Sprachen analysieren kann aber keine Ahnung von Versicherungen und Steuer und sonst was hat wo ich auch finde ja das ist ein Problem das kommt aber auf jeden Schüler früher oder später zu dass man fertig ist dass man das Abitur geschafft hat oder auch nicht wenn man nicht an Burnout irgendwie erkrankt ist oder sonst was wenn man das gesund schafft man ist fertig und hat es geschafft aber man hat trotzdem keine Ahnung vom Leben und das was man gelernt hat hat man wohlmöglich schon vergessen denn man lernt eigentlich nur damit die Schule im Maul hält zufrieden ist zum Beispiel jetzt in Physik wenn man das drei Jahre lang hat und im dritten Jahr dann macht man das wirklich nicht mehr auch Spaß oder fürs Leben sondern da lernt man einfach nur noch dass die Lehrer zufrieden sind im Prinzip was auch falsch ist natürlich aber es ist halt ne da finde ich macht man ein bisschen was falsch wo ich auch finde das ein bisschen schade ähm ja ähm ja und wenn man dann fertig ist dann weiß man nicht mal wie das Steuersystem funktioniert welche Austrittsklauseln Eintrittsklauseln gibt es bei Versicherungen welche Tücken gibt es da was soll man da machen so jetzt könnte man natürlich sagen ja gut dafür gibt es auch Steuerberater Versicherungsberater irgendwelche Leute gibt es doch da aber jetzt zum Beispiel als Student hat man zum Beispiel jetzt nicht genug Geld um sich so einen Versicherungsberater Steuerberater zu leisten dann muss ich das aneignen wenn ich jetzt sage man sollte in der Schule mehr allgemeine Sachen bei dran bringen im Prinzip dafür mal lieber so ein Gedicht analysieren auf Französisch weglassen ähm dann wird jeder kommen ja gut dann müsstest du aber auch Kochen machen weil Kochen ist ja zum Beispiel auch was wo nicht viele nicht können aber das braucht man ja weil Essen ist ja überlebenswichtig ähm wo ich aber sage gut einen Kochkurs kann man immer noch machen Kochkurs da kannst du in einer Woche die Grundskills im Prinzip lernen sag ich mal um jetzt mal nicht übertrieben gesagt irgendwie die äh die Fünf-Sterne-Küche zu können aber man kann davon leben locker ähm und wer ein Kochbuch hat ich glaube jeder kann so ein bisschen nach Kochbuch kochen das ist glaube ich nicht das Problem aber Versicherung das lernt man nicht mal schnell in einem Kurs in einer Woche sondern das ist eine Sache wo man viel tiefgründiger behandeln sollte und da finde ich macht man von Grund auf den Fehler dass man das eben überhaupt nicht in Betracht zieht also es wird überhaupt nicht dran gebracht man tappt da im Prinzip im Dunkeln und wird dann ins kalte Wasser geworfen was ich nicht gut finde an unserem Schulsystem so das waren jetzt im Prinzip mal die grundlegenden Schwächen die ich am Schulsystem finde gut finde ich ja ich finde eigentlich schon dass viel Allgemeinbildung dabei ist aber so Sachen die man später braucht fehlen mir eben eure Meinung in die Kommentare interessiert mich wirklich sehr würde mich freuen über ein Däumchen nach oben zeigt mir dass ihr die Videos mögt ich habe euch im Auge bis zum nächsten Mal Ciao